Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Europawahl. Am 26. Mai 2019 findet die Europawahl statt. Es stehen 40 Parteien zur Wahl und ich möchte hier kurz zusammenfassen, wofür die einzelnen Parteien so laut ihrem Wahlprogramm einstehen. Die Reihenfolge basiert hierbei auf dem Wahlzettel, wie er in Thüringen vorliegen wird. Kleiner Disclaimer vorab, ich selbst bin in keiner Partei aktiv, ich bin parteilos und habe auch schon per Briefwahl für die Europawahl gewählt. Damit das Video nicht zu lang wird, legen wir los. Wofür stehen jetzt die einzelnen Parteien? Listen Platz 1, die CDU. Sie steht für eine emissionsarme Energiewirtschaft, für erneuerbare Energien, für eine Bepreisung von CO2. Gleichzeitig ist sie eine der zentralen Parteien für die bisherige Energiewirtschaft, da geht also noch mehr. Platz 2, die Linke. Steht für Klimaschutz, steht für einen schnellen Kohleausstieg und steht für einen schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien. Platz 3, die SPD. Steht dafür, die Energiewende etwas schneller fortzusetzen. Gleichzeitig ist auch sie, wie die CDU, eine Partei, die genau dafür steht, wie die Energiewende bisher gelaufen ist. Platz 4, die AfD. Der Klimawandel ist nicht menschengemacht. CO2 ist gut. Kohle ist toll. Auf Platz 5, die Grünen. Muss ich dazu wirklich was sagen? Sie eröffnen ihr Wahlprogramm mit Klimaschutz, mit erneuerbaren Energien und Kohleausstieg. Ich glaube, das sagt alles. Auf Platz 6, die NPD. Die sagen nichts dazu. Platz 7, die FDP. Steht dafür, CO2 zu minimieren, die Energiewende aber etwas langsamer oder überlegter umzusetzen als bisher geplant. Platz 8, die Freien Wähler. Finden den Kohleausstieg wichtig, erneuerbare Energien toll und wollen Dessertag wieder auferleben lassen. Das Programm, wo aus Nordafrika Sonnenenergie nach Europa gebracht wird. Cool. Platz 9, die Familienpartei. Steht für Kohleausstieg. Steht für ein europaweites Netz erneuerbaren Energien. Platz 10, die Tierschutzpartei. Steht für Umweltschutz. Steht für die Umsetzung der Klimaziele von Paris und steht für erneuerbare Energien ein. Platz 11, die Piratenpartei. Steht für Klimaschutz. Steht für einen Übergang zu erneuerbaren Energien. Platz 12, die Partei, die Partei. Die Satirepartei. Steht dafür, dass Klimawandelleugnung unter Strafe gestellt wird. Platz 13, Volksabstimmung. Steht für die Entwicklung von Raumenergie und freier Energie. Das soll richtig vorangetrieben werden. Das sind Verschwörungstheorien. Platz 14, die ÖDP. Steht für Umweltschutz, CO2-Steuereinführung und dezentrale erneuerbare Energien. Platz 15, die MLPD. Marxistische-Leninistische Partei Deutschlands. Steht für die Umstellung auf erneuerbare Energien. Platz 16, die DKP. Deutsche Kommunistische Partei. Sagt nichts zu Energiewende und Klimaschutz. Platz 17, die Bayernpartei. Sagt auch nichts zu Energiewende. Platz 18, die Sozialistische Gleichheitspartei. Sagt auch nichts zu Energiewende. Platz 19, Tierschutz hier. Steht für ein Verzicht auf Atomstrom und Kohlestrom. Findet erneuerbare Energien okay, aber möchte vor allem die Kernfusion haben. Eine Technologie, die seit 50 Jahren immer noch nicht entwickelt wurde, obwohl gesagt wird, wir stehen unmittelbar davor. Und sie möchten auch die Erforschung von Raumenergie, Nullpunktenergie haben. Das ist eine Verschwörungstheorie. Platz 20, die Tierschutzallianz. Möchte die Klimaziele, die bereits bestehen, durchsetzen. Möchte raus aus dem Atomstrom europaweit und möchte die erneuerbaren Energien weiter fördern. Platz 21, Bündnis C. C steht für das Christentum. Steht für Umweltschutz ein. Möchte erneuerbare Energien unterstützen. Möchte Kohle weiter rückbauen. Aber ist sich unsicher, ob der Klimawandel wirklich menschengemacht ist. Und findet, dass die erneuerbaren Energien eigentlich nur einen Flächenfraß vornehmen. Platz 22, BIC. Findet, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft gehört und möchten die Kohle weiter zurückbauen. Platz 23, BGE, Bündnis Grundeinkommen, sagt nichts zur Energiewende. Platz 24, die Direkte, sagt nichts zur Energiewende. Platz 25, Diem 25, steht für den Green New Deal ein. Das würde bedeuten, in Europas grüne Wende zu investieren. Möchte außerdem einen Klimavertrag und die bisherigen Ziele von Paris & Co. auf jeden Fall umsetzen. Platz 26, der dritte Weg, sagt nichts dazu. Platz 27, Die Grauen Panther, stehen für einen grenzübergreifenden Umweltschutz. Platz 28, Die Rechte, sagt nichts dazu. Platz 29, Die Violetten, stehen für eine dezentrale Selbstversorgungsstruktur. Also für dezentrale erneuerbare Energien würde ich daraus schließen. Platz 30, Liebe, steht für erneuerbare Energien, für eine CO2-Senkung und für den Klimaschutz ein. Platz 31, Die Frauenpartei, steht für eine drastische Senkung des Energieverbrauchs und damit auch von CO2-Ausstoß und steht für den Ausstieg aus fossiler Energie ein. Platz 32, Die Grauen Panther, sagen nichts zur Energiewende. Platz 33, Die liberal-konservativen Reformer finden, dass Emissionen schrittweise verringert werden sollten, dass Kosten von Kraftwerksbetreibern getragen werden sollten, gerade wenn es um den Atomausstieg geht. Aber in der näheren Zukunft soll es lieber keinen direkten Ausstieg aus den fossilen Energien geben, weil das mit der Energiewende, ob das wirklich klappt. Platz 34, Menschliche Welt, steht für konsequenten Umweltschutz und Naturschutz, bezieht sich aber eigentlich eher auf Landwirtschaft im Wahlprogramm. Platz 35, Die neuen Liberalen, sagen nichts. Platz 36, Ökolinks, der Name sagt es ja eigentlich schon, sie stehen für einen deutlichen Ausbau von erneuerbaren Energien und für einen sofortigen Kohleausstieg. Platz 37, Die Humanisten, erkennen den Klimawandel als eine große Herausforderung an und stehen für eine CO2-Neutralität. Platz 38, Für die Tiere, sagt nicht unmittelbar etwas zur Energiewende. Platz 39, Die Partei für Gesundheitsforschung, sagt nichts zur Energiewende. Platz 40, Volt, steht für grüne Chancen, Smart Energy, nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Tja, für diese scharf zusammengefasste Energiepolitik stehen also die 40 Parteien, die zur Europawahl am 26. Mai zur Wahl stehen. Ihr könnt euch dort ja jetzt selbst ein weiteres Bild machen. Die Wahlprogramme sind allesamt online auffindbar. Mit der Suchmaschine der eigenen Präferenz kann man das sehr gut finden. Und mir bleibt eigentlich nur was zu sagen, geht wählen. Und für heute war es das bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.